Hallihallo liebe Leute, ich bin Akumisi21, ich mache Songs, Let's Plays und Quasi Unterhaltungsvideos, heute geht es wieder weiter mit Let's Play Strande 2, ja, die Strande 2, okay, hier haben wir Feier gemacht, wir haben wieder genug Essen, wir sammeln aber noch ein bisschen mehr Essen, ach so, bevor wir brauchen Essen, sammeln Leute, so, wir brauchen noch Dings, das heißt, wir sammeln nicht erstmal Essen und alles, sondern wir bauen erstmal das ganze Bedöns, was wir hier angefertigt haben, sozusagen, was brauchen wir hier, Blätter, okay, genug Holz brauchen wir auch, wie viel Blätter haben wir, Ah, Blätter haben wir nicht so viel, okay, 50 Holz, okay, und hier, Kieselsteine brauchen wir auch, hier genauso, und hier, also genug Holz, Kieselsteine und Blätter Kieselsteine und Blätter, Leute Okay Lügen wir mal los Diese Aufnahme ist erst nach der dritte Info-Aufnahme, wo sie 180 war und um runter zu kommen, zocke ich jetzt Okay Gut Kein Platz, leck mich doch Okay, gut, gut, gut Viel Holz haben wir hier, nicht so viel, okay Wir müssen ziemlich viel sammeln Rinder haben wir genug Ach, so viel auch nicht am Rinder, aber schon ganz schön viel Ja, ja, ne, warum möchte ich auch Ja Ja Die Blätter, die Linian brauchen wir Sehr gut Sehr gut, Leute, das ist sehr gut Normalerweise hätte ich sterben müssen Noch ein bisschen mehr Noch ein bisschen mehr Noch mehr Blätter und Äste Na komm Blätter, Äste, Bauchstämme Gibt's nur viel hier zu bauen Genug Steine haben wir, aber Halt im Moment nicht Ja, los geht's Ach, bisschen eh, wir sind eh gerade dabei Brande bekommen wir auch Verbrauchen wir eigentlich im Moment nicht Ja, los, 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 los Meine Echsen, äh, äh Meldet sich auch nicht mehr per SMS Seid ihr diese eine Nachricht, äh Per SMS noch geschrieben Wo ich euch erzählt hatte In Skype habe ich zwar ihr auch was geschrieben, aber Aber da habe ich sie ja geguckt, geblockt Also jetzt Eigentlich Nur noch per Handy Die Chance mir noch zu schreiben Mehr nicht Okay, trinken wir wieder was Okay, trinken wir wieder was So, wir kommen was zu essen Wir haben genug Fleisch Los geht's So, haben wir noch einen Pilz oder so Hier Okay, sind wir jetzt Wieder, wir können weiter schaffen Wollen wir erstmal die Baumstämme Die wir hier liegen lassen haben Einer Die nächste Äh, ne Nicht genug Platz Nicht genug Platz Toll Ah, nicht so toll Na ja Dafür werden wir aber ziemlich genug Baumstämme da drin haben dann Ist auf jeden Fall schon mal gut Kein Platz mehr Kein Platz mehr Kein Platz mehr, wir können immer nur einen Baumstamm tragen Ist doch scheiße Na ja Ziemlich viel Holz reinpacken Ist doch cool Das ist echt cool, Leute Immer nur einen Baumstamm Eieieiei Letzte Folge gegen äh 13 Minuten oder 14 Minuten Oder 15 Minuten sowas Ups Das wollte ich nicht Und Das heißt, dass das Das dann diese Folge Nicht mehr etwas länger geht 20 bis 25 vielleicht Ja Bitterwurzel Bitterwurzel Nächsten Baumstamm finde ich eher mit der Fackel Die Fackel Okay Okay Wo ist der nächste Baumstamm hin? Hier Hier Ja Ich mache Licht, Leute Ich mache Licht Ich mache Licht So So Puh Dann viel zu bauen Auf jeden Fall ist schon mal gut Wenn wir dann genug haben Beim Baumstamm haben wir wahrscheinlich sowieso erstmal etwas genug Nicht genug Platz Ach Müsst du mich so jetzt Gleich nochmal rüber Eieiei Komm Mach hin So So nochmal Weil das noch schön war Noch einen Baumstamm Dann haben wir es Ja Vielleicht ist hier noch einer Ist hier noch einer? Ich dachte hier wäre noch einer Aber was anderes haben wir hier Bären Da war noch gerade noch woanders Bären Hier Sehr gut Braucht man immer wieder ein bisschen was Sehr gut Oh es wird langsam hell und wir müssen bald pennen Eieieiei Gut Ah Wieder eine neue Kakaofrucht Könnte sein dass es woanders auch noch Kakaofrucht gibt Hier vielleicht? Nee Vielleicht noch irgendwo? Nee Wäre irgendwie cool gewesen Hm Okay Es wird schön hell heute ne? Den Baum glaube ich behalten wir Der gefällt mir Der gefällt mir Wichtig wieso Wichtig wieso Denn da werden wir etwas geiles bauen Der ist schön nah Wir wissen bestimmt was ich meinen ne? Okay Lager Nee hier nichts Gebäude Ein Baumhaus Leute Kann man uns auch irgendwie umdrehen Ich meine wenn man zum Beispiel eher hier rüber will Dann wäre es auch nicht schlecht Okay Baustelle angelegt Geil Und die ist hier ungefähr Angelegt Ja Haben wir genug zu den linearen? Nee haben wir nicht Der Baum ist auch richtig geil dafür finde ich Geil Ohne Schiedsglaubst oder? Oder mit Oder ein bisschen Anfangs wahrscheinlich ein bisschen mit Schiedsglaubst Aber sonst Haben wir dann alles gepackt gehabt Geil Okay Dann los gehts Noch ein bisschen Äste sammeln Ja Ja Ich brauche so viel Äste wie möglich Ohne Äste mein Freund Ja Wär ist nicht so toll Warte mal Papageier hier Oben ist auch einer Papageier hier Yes Wir haben ihn getroffen Cool Die Blätter wir haben Also Federn wir schon haben Cool da war noch einer kommt mal her ist die was ich glaube mir ist ein löwen obwohl es wird müde scheiße müssen so gepennt und es wird schon langsam wieder nachts wir trinken erst mal was bevor wir wieder hingehen uns noch mal etwas rein ein stück vielleicht dann hier noch ein fleisch sind wir satt wollen wir noch ein bisschen fleisch braten sehr gut dann wieder genug fleisch bevor wir losgehen zu den löwen übrigens noch das holz hier rüber und die rinde noch ein paar andere sachen bringen rüber das andere alte lager gut damit war es gesagt da bauen wir nicht mehr aber ich bin ja nur sachen rüber denn da gibt es halt auch noch viel zu machen und da eben viel rüber zu bringen zum beispiel diese blut platz wurzel oder wieder heißt brauchen wir gar nicht das gift oder gift pilz brauchen wir auch nicht die können wir glaube ich essen bitterwurzel brauchen wir glaube ich auch nicht die bären packen wir mal hier rein die blätter packen wir auch mal hier rein vom fleisch packen wir mal zwei stück rein von dem fleisch packen wir auch mal zwei stück rein sollte einer eigentlich reichen was ist das für ein pilz zwergen pilz packen wir auch mal rein was ist das eine eisenstange die brauchen wir eisenbolzen brauchen wir auch dietrich packen wir auch mal hier rein hey ich hab das gefühl dass ich das teil noch brauche ich sollte es auf keinen fall wegwerfen irgendwo auf dieser insel insel muss doch etwas sein was ich damit öffnen kann ich muss es finden ok was packt mir dann da rein ein feuerstein was haben wir hier eisen packen wir rein ok wir haben doch hier noch ein bisschen bestimmt noch etwas was wir vielleicht brauchen könnten blaublüte davon gibt es ja selten etwas was brauchen wir noch nix davon wenn wir jetzt gleich auf die jagd gehen dann wäre das schon schwer ach shit na gut wir gehen sowieso auf die jagd auf die jagd muss man jeden tag ein bisschen gehen oder wenigstens alle zwei tage vielleicht sowas nebenbei können wir ein paar schmetterlein gefangen damit unser inventar größer wird sehr gut juhu alter ich brauche n schmetterlein gefangen hallo wir brauchen mehr juhu juhu fantastisch Es hat geklappt. Yes. Sehr gut. Yes, noch einer. Da. Fantastisch. Da auch noch einer. Sehr gut. So, ich glaube, da haben wir fast alle. Alle geschnappt. Oh, das sind auch noch Läste. Oh, das sind auch noch Läste. Sehr gut. Okay, ja. Normaler Baum. Kann ja wieder ein bisschen Holz holen. Ich weiß, wir warten noch zu den Löwen. Gehen wir auch gleich. Okay, los geht's. Die Löwen werden wieder schwierig. Vor allem, wir haben noch so viel. Vielleicht können wir nur zwei bis zwei Löwen töten. Mal schauen. Da ist einer. Du, komm her. Yes, wir haben es geschafft. Yeah, wieder genug Fleisch, Leute. Geil. Okay. 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 Der Nächste, bitte. Weißt, wo er so viele Löwen getötet hatte? Ist wohl nur der eine Löwe dazugekommen. Vorhin. Krass. Na ja, ich dachte, wir hätten hier wieder fünf Stück, aber es dauert mal etwas bis wieder, bis wieder ein paar neue kommen. Schade. Schade. Na gut. Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Haben wir ja selten gemacht. Wir können auch ein bisschen was machen. Baumstamm. Oh, okay. Baumstamm. 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 Le-le-le-le-leane. So geschaut haben wir uns bestimmt, äh, vielleicht in der... der letzten Folge oder so. Oh. Was sehen wir denn da? Wollgedöns. Das brauche ich mir. Oder? Ganz wichtig. Yeah. Oh. 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 Roh.... Wolle, wolle, wolle. Wie viel Wolle ich jetzt bekomme, hä? Cool, Leute. gleich 64 wolle ist doch gut das reicht erst mal bis es hier wirklich wieder wachsen kann irgendwie will ich immer wieder sagen wie ich wieder wichsen kann wo fische damit die fische mit dem mit dem netz oder so sieht nicht so aus es wird langsam dunkel gut dass wir die farbe haben immer schauen wo wir genau sind ich glaube da drüben ist unser laber da ist auch noch eine insel da gehen wir dann nächstes mal wieder hin das wollte ich machen sorry papagei viele papagei schon getötet habe aber die gegen leicht oder ich noch einer das doch schön okay dann leute ein bisschen was das machen wir erstmal hier wieder gleich wieder genug fleisch sehr gut denn wir haben auch hunger das könnte sein dass ihr die hunde hört haben wir die runde das kann mal passieren so dann bin ich noch mal eine runde und bis jetzt bei der nächsten folge wenn ich dann hier taggewinst bis dann bis dann euer komissi 21 yeah